So, ich habe das nächste Aufgabenblatt freigeschaltet, Aufgabenblatt Nummer 4. Es ist zwar gerade Projektwoche, aber vielleicht möchten sich einige schon damit beschäftigen und darum hier ein kurzes Video, wo ich die wesentlichen Punkte nochmal ganz kurz vorstellen möchte, was dort bearbeitet wird. So, es geht einmal um die Grenzen der rationalen Sprachen, das ist im Skript Kapitel 4.6 und dann werden wir uns mit dem doch umfangreichen Thema der Minimierung von Automaten und der Äquivalenz von Zuständen bzw. Äquivalenz von Automaten beschäftigen. Grundlage dafür ist der Satz von Mühel-Nirode, in dessen Umfang, in dessen Kontext die Begrifflichkeiten Äquivalenzrelation und Äquivalenzklassen wiederverwendet werden. Das sind Dinge, die kommen typischerweise in Mathe 1 oder Mathe 2 vor, wenn man sich mit Relationen und Eigenschaften von Relationen beschäftigt. Das wäre ganz gut, wenn ihr das nochmal wieder hervorkramt aus euren alten Matheunterlagen. Und zum Ende dann ganz kurz das Thema entscheidbare Probleme. Das machen wir vielleicht aber auch erst im kommenden Schritt. Genau, ich glaube, da ist gar keine Aufgabe drauf, sehe ich gerade. So, Grenzen der rationalen Sprachen. Ganz kurz was zur Motivation. Dazu blätter ich noch einmal das letzte Aufgabenblatt oder hole das hervor. Wir hatten in Aufgabe 3.3 die Aufgabe, eine Grammatik für diese Sprache hier zu konstruieren. Die Menge aller Wörter bestehend aus identischen Anzahlen a wie b. So, wenn man versucht, das als rechtslinierige Grammatik zu konstruieren, dann wird man scheitern, weil die gibt es nicht. Warum gibt es die nicht? Genau, das ist Gegenstand dieses aktuellen Blattes. Ich hatte in der Musterlösung diese Grammatik angegeben, bestehend aus vier Regeln. S geht über nach Doppel-S, Epsilon, A, S, B bzw. B, S, A. Das ist eine kontextfreie Grammatik. Es ist keine rechtslinierige Grammatik, weil eben nicht nur auf der rechten Seite das Symbol ganz rechts eine Variable ist, sondern diese Variablen auch irgendwo fortkommen können auf der rechten Seite. Hier in doppelter Form, zwei Variablen, bzw. hier eingerahmt von A, B bzw. B, A. Und so sehr man sich auch anstrengt, man wird keine rechtslinierige Grammatik finden. Und damit ist diese Sprache, die hier beschrieben ist, keine rationale Sprache oder keine L3-Sprache. Nun ist natürlich das Argument, naja, mir fällt jetzt keine rechtslineare Grammatik ein, ist natürlich ein Argument, das überzeugt nicht so richtig. Vielleicht bin ich einfach nicht schlau genug. Das ist ein etwas unbefriedigendes Argument. Daher brauchen wir irgendwie ein Argument, ein Kriterium, mit dessen Hilfe wir definitiv aussagen können, ob eine Sprache denn rational ist oder nicht rational ist. Also in dieser Sprachklasse L3 enthalten ist. Und genau das ist Gegenstand von dem Aufgabenblatt 4. Ein solches Kriterium kennenzulernen. Und das befindet sich in Kapitel 4.6. Und da gucke ich mal ganz kurz rein. Das nennt sich Grenzen rationaler Sprachen. Und eines der wichtigsten Hilfsmittel ist der sogenannte Pumping Lemma. Das bezieht seinen Namen letztendlich aus der Konstruktion, die da verfolgt wird. Und erfahrungsgemäß ist das ein Thema, was den Studierenden nicht ganz einfach fällt. Und das liegt einfach aufgrund der Tatsache, dass die Aussage dieses Pumping Lemmas relativ komplex ist. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Das Pumping Lemma besagt, wenn L eine rationale Sprache ist, die unendlich viele Wörter enthält. Also eine unendliche Sprache. Da ist die Aussage, dann existiert ein n aus n, also es gibt eine natürliche Zahl n, so das gilt. Für jedes Wort W, was länger ist als dieses n, kann ich das Wort zerlegen in drei Teile, x, y, z. Das steht quasi hier, ich kann das zerlegen. Das Mittelstück y ist nicht leer und wenn ich das Wort konstruiere x, das Mittelstück vervielfältige, darum hoch m, und dann das z wieder dran hänge, dann ist das ein Wort, was immer noch in der Sprache drin liegt. Und daher der Begriff Pumping Lemma. Ich pumpe quasi dieses Mittelstück y, das pumpe ich auf. So und die Komplexität dieses Pumping Lemmas rührt nun daher, dass es eine Verschachtelung von verschiedenen Quantoren ist. Ich habe einen Existenzquantor, ich habe einen Allquantor, ich habe noch einen Existenzquantor und ich habe noch einen Allquantor. Und das bereitet den Studierenden immer wieder Schwierigkeiten, obwohl die Idee hinter diesem Pumping Lemma, die ist eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn man sich nämlich mal überlegt, was heißt es denn, wenn ich ein Wort W aus L nehme, was eine bestimmte Länge hat und was ich zerlege. Das kann man eigentlich ganz schön grafisch darstellen. Dann heißt das ja, wenn ich auf einem akzeptierenden Weg für das W bin, in dem Graphen für diesen Automaten, dann sieht das so aus, ich bin in einem Startzustand, dann lese ich das Anfangstück, das ist das x, dann lese ich das Mittelstück, das ist das y und ich lese das Endstück, das ist das z, um letztendlich in einem akzeptierenden Zustand zu landen. So und dieses Mittelstück, das muss es geben, sodass es mit q anfängt und mit q aufhört. Warum ist das so? Naja, wenn das Wort länger ist, als beispielsweise die Anzahl der Zustände, die der Automat überhaupt hat, dann muss wenigstens ein Automat doppelt vorkommen. Und das habe ich hier quasi abgebildet. Also wenn das Wort hinreichend lang ist, dann muss es einfach, weil wir eine endliche Anzahl von Zuständen haben, dann muss es wenigstens einen Zustand geben, der doppelt vorkommt. Und das nehmen wir jetzt genau als Mittelstück her. Und ob ich dieses Stück einmal durchlaufe oder beliebig oft, wie ich das hier dargestellt habe, dann komme ich trotzdem immer noch zu einem finalen Zustand, weil ich nämlich dann einfach, nachdem ich eine beliebige Anzahl mal durch dieses Mittelstück durchgelaufen bin, ich das Endstück einfach dranhänge und dann in einem finalen Zustand lande. Bezogen auf diese Situation hier oben würde das bedeuten, da gibt es, glaube ich, noch eine Grafik für, genau. Ich starte in Q0, lese das Anfangsstück, dann, hier müsste eigentlich hoch M stehen, weil ich das oben eben gerade hatte, durchlaufe M mal dieses Mittelstück und dann komme ich hinten dran, in den finalen Zustand und das Wort wird akzeptiert. Also das ist eine Aussage, die gilt für alle rationalen Sprachen, die unendlich sind und die ein Wort haben und das bleibt aber dann nicht aus, dass es länger ist als die Anzahl der zugrunde liegenden, als das N. Und das N im Hinterkopf kommt immer behalten, das ist, wenn es eine rationale Sprache ist, dann muss es einen endlichen Automaten geben und dieser Automat hat N Zustände und wenn ich dann immer ein Wort nehme, was länger ist als die Anzahl der Zustände, dann greift dieses Pumping immer. So, und die Anwendung ist aber häufig in der Form oder eigentlich fast immer in der Form, dass, wenn ich den Nachweis führen möchte, dass eine Sprache nicht rational ist, dass ich sozusagen die Aussage dieses Pumping Lemmas zu einem Widerspruch führe. Und das ist sozusagen die weitere Komplexität, die hinzukommt, die den Studierenden typischerweise immer wieder Schwierigkeiten bereitet. Genau, das muss man sich bitte einmal genau angucken. Ich habe eine ganze Reihe von Beispielen hier. Also wie gesagt, die Idee finde ich relativ anschaulich und intuitiv, wenn man sich einfach überlegt, was bedeutet das eigentlich, dass wenn ich einen akzeptierenden Weg durch diesen Automaten anhand eines Wortes gehe, dass ich dann halt gewisse Male hier sozusagen kreisen kann, dann ist eigentlich die Idee von dem Pumping Lemma einfach. Aber die Anwendung dann nochmal als Widerspruchsbeweis, die ist ein bisschen schwierig. Darum habe ich hier so ein How-To. Es gibt eine zweite Variante dazu. Da guckt man sich mal an, was genau der Unterschied ist. Das ist auch hier beschrieben. Ich beschreibe hier auch nochmal, warum das so komplex ist. Genau, und hier ist im Prinzip eine Anwendung, so ein How-To für die Anwendung des Pumping Lemmas. Und was häufig übersehen wird, durch dieses Wechselspiel von Existenz und Allquantoren, reicht es manchmal aus, sozusagen ein Beispiel zu betrachten und manchmal muss man auch alle möglichen Fälle betrachten. Und das ist hier beispielsweise der Fall, wenn ich die möglichen Zerlegungen des Wortes W in X, Y, Z nehme, dann muss ich mir alle möglichen Zerlegungen anschauen. Und für jede dieser möglichen Zerlegungen muss ich dann die Aussage, dass sozusagen das aufgepuckte Wort auch wiederum in L liegt, das muss ich zu einem Widerspruch führen. Und das ist häufig die Schwierigkeit hierbei. Dann guckt man sich nur eine Zerlegung an oder wählt ein Wort, was viel zu kurz ist. Das berücksichtigt man nicht. Das sind wichtige Dinge. So, das habe ich aber hier anhand einiger Beispiele demonstriert, relativ ausführlich, wo ich dann auch Rückgriff nehme auf dieses How-To, was ich da vorher beschrieben habe, mit Schritt 1 bis Schritt 6 oder Schritt 7, habe ich irgendwie hier dann ein bisschen abgekürzt dargestellt, für mehrere Sprachen dargestellt. Also, Pumping Lemma ist dafür geeignet, den Nachweis zu führen, dass eine Sprache nicht rational ist. Und damit kann man dann auch daraus schließen, dann gibt es keinen endlichen Automaten, der diese Sprache akzeptiert. Und es gibt auch keine rechtslineare Grammatik, die diese Sprache erzeugt. So, das ist quasi der eine Themenbereich. Da gibt es mehrere Aufgaben zu. Hier, nicht rational, soll man den Nachweis an der Sprache führen, Aufgabe 4.1. Aufgabe 4.2, soll man sich nochmal ein bisschen beschäftigen mit diesen beiden Varianten des Pumping Lemmas. Dann gehen wir auf den Begriff der Äquivalenz ein. Und zwar sagen wir, dass zwei Zustände eines Automaten äquivalent sind, wenn sie eine bestimmte Eigenschaft erfüllen. Nämlich, ich kann das ja mal ganz kurz sagen, wenn ich, also zwei Zustände Q1, Q2 sind genau dann äquivalent, wenn ich mir überlege, so, ich starte die Verarbeitung mithilfe des Automatens in dem Zustand Q1, verabere das Wort W, und lande dann entweder in einem finalen oder nicht finalen Zustand. Und zwei Zustände Q1, Q2 heißen genau dann äquivalent. Na ja, wenn ich die Verarbeitung von W in Q1 starte, ich in einem finalen Zustand lande, genau dann, wenn dies auch von Q2 erfolgt. Also wenn ich von Q1 W verarbeite, lande in F, dann passiert das auch von Q2. Und wenn aber die Verarbeitung in einem nicht finalen Zustand landet, dann passiert auch genau dieses von Q2 aus. Dann soll man sich nochmal überlegen, dass das in der Tat eine Äquivalenzrelation darstellt. Da kramt man vielleicht mal in seinen alten Unterlagen der Mathematik. Da ist beschrieben, was denn eigentlich eine Äquivalenzrelation ist. Oder, kleiner Tipp, in Kapitel 2 des Skriptes müsste das eigentlich auch stehen. Dann gibt es einen weiteren, relativ mächtigen Satz, den wir verwenden können im Zusammenhang mit rationalen Sprachen und äquivalenten Zuständen bzw. äquivalenten Automaten. Das ist der sogenannte Satz von Mühl-Nerode. Und auch da springe ich mal ganz kurz hin. Was sagt der Satz von Mühl-Nerode aus? Der sagt aus, wenn ich L eine bliebige Sprache habe, dann gilt das folgende. L ist eine rationale Sprache, also es gibt einen endlichen Automaten oder eine rechtlinie Grammatik. Und dann definieren wir in diesem Zusammenhang eine bestimmte Relation Tilde L. Da gehe ich gleich nochmal ganz kurz drauf ein. Mit einer Äquivalenzrelation ergeben sich auch immer Äquivalenzklasse, deren Vereinigung insgesamt die zugrunde liegende Menge ergibt. Eigenschaften von Äquivalenzklassen sind, dass Äquivalenzklassen entweder identisch sind oder paarweise dicht jung sind, das heißt, deren Durchschnitt leer ist. So, und die Anzahl der Äquivalenzklassen kann endlich sein oder auch unendlich sein. Und wir sagen, wir benennen quasi die Anzahl der Äquivalenzklasse mit dem sogenannten Index. Und wenn diese Relation Tilde L einen endlichen Index hat, das ist immer genau dann der Fall, wenn die Sprache L rational ist. Dann gucken wir uns nochmal ganz kurz an, was meint denn diese Relation Tilde L? Tilde L, die ist hier oben beschrieben, die sogenannte Nerode-Relation. Ich sage, ich nehme mir zwei beliebige Wörter VW, also hier setzen wir Wörter zueinander in Beziehung, nicht Zustände, das ist wichtig. Wörter setzen wir zueinander in Beziehung. Die sind genau dann äquivalent bezüglich dieser Äquivalenzrelation. Wenn gilt, egal was ich auf der rechten Seite dranhänge, wenn ich V mit X konkateniere, dann ist das in L, genau dann ist auch WX in L. Oder halt eben nicht. Wenn VX nicht in L ist, dann ist auch WX nicht in L. Das ist sozusagen diese Relation, auf der der Satz von Myhill-Nerode basiert. Hier ist dargestellt, dass das Ganze eine Äquivalenzrelation ist. Hier ist nochmal dargestellt, was das eigentlich bedeutet, wenn man das in seinen Matheunterlagen nicht mehr findet. Genau, und auch das kann angewendet werden, um jetzt den Nachweis zu führen, dass eine Sprache rational oder eben nicht rational ist. Für den ersten Fall ist letztendlich hier unten ein Algorithmus angegeben, in diesem Beweis eine Konstruktion von einem Automaten, der die Sprache dann auch akzeptiert. Das ist dann auch, wie sich im Verlauf des weiteren Kapitels hier darstellen wird, das ist auch der kleinstmögliche Automat, der sogenannte Minimalautomat. Oder man kann auch nachweisen, dass wenn ich nämlich den Nachweis führe, dass diese Äquivalenzrelation tilde L, wenn die eine unendliche Anzahl von Äquivalenzklassen erzeugt, dann ist halt diese Sprache auch nicht rational. Und auch das werden wir auf dem vierten Aufgabenblatt machen. In Aufgabe 4.4 sollen wir zeigen, entweder mit Pumpinglemma oder mit dem Satz von Myhill-Nerode, dass diese fünf Sprachen nicht rational sind. Weitere Aufgabe ist die folgende, dass wir hier sagen, Algorithmus angeben für zwei reguläre oder rationale Sprachen, L1 und L2, sollen wir die Entscheidung treffen, gibt es mindestens eine gemeinsame Zeichenreihe. Und mit Algorithmus meine ich, naja, ich gucke jetzt nicht mal scharf hin, das kann ich in dieser abstrakten Form halt auch einfach nicht. Sondern dass man wirklich einen deterministischen Algorithmus angibt, mit deren Hilfe sich dann eine solche Zeichenreihe auch bestimmen lässt. Dann hatte ich eben schon mal den Begriff des minimalen Automaten verwendet. Wann ist ein Automat minimal? Na, ganz einfach, intuitiv, wenn er keine überflüssigen Zustände mehr enthält. Wenn sozusagen jeder Zustand dieses Automaten unbedingt erforderlich ist. Wann ist ein Automat ein Zustand überflüssig? Naja, überflüssig ist er dann, wenn ich diesen Zustand entfernen kann und sich an der Sprache, die der Automat akzeptiert, nichts ändert. Und auch dafür ist in Kapitel 4.7 letztendlich ein Algorithmus angegeben, wie man einen solchen minimalen Automaten bestimmen kann. Und das machen wir hier mit Hilfe von Aufgabe 4.7. Zunächst mal einen vollständigen deterministischen Automaten konstruieren für eine bestimmte Sprache. Dann mit Hilfe von Hüllen und Erode überlegen, dass das eine reguläre Sprache ist. Und mit Hilfe dieses Gleichentsatzes auch zeigen, wie dann ein minimaler Automat ausschaut. Genau, das ist ein relativ umfangreiches Kapitel, wenn man hier mal so ein bisschen durchblättert. Das ist nicht so ganz einfach. Hier ist dieser Äquivalenzbegriff, die ich eben schon mal hatte in Aufgabe 4. Was war es? 4.3 ein bisschen verallgemeinert dargestellt. Hier ist dargestellt, dass das eine Äquivalenzrelation ist. Das ist aber genau die Übungsaufgabe, die hier gelöst werden soll. Genau, ziehe ich das nochmal hier rüber, das Skript. Verschiedene Beispiele zu diesem Thema der Äquivalenz von Zuständen finden sich hier. Genau, und dann aber auch hier Vergleich von Automaten. Das brauchen wir vielleicht gar nicht so sehr. Da können wir vielleicht drüber hinwegbringen. Aber das hier ist wichtig. 4.7.5, Berechnung des Minimalautomaten. Auch das ist wieder, das kann ich einmal mit Grundlage von dem Satz von Mühlen die Rode machen. Oder hier ist auch nochmal ein konstruktiver Nachweis, letztendlich ein Algorithmus, um dieses auch tatsächlich zu tun. Auch das kann man sich mal anschauen. Die Begründung, die ist immer relativ länglich. Die eigentlichen Algorithmen sind eigentlich relativ einfach. Wenn man die einmal so auf dem Blatt Papier per Hand durchgeführt hat, dann ist das gar nicht so schwierig. Aber der formale Nachweis, dass diese Konstruktionen auch in der Tat funktionieren und korrekt sind, das nimmt relativ viel Platz in diesem Skript ein. Und ist auch sehr formal gehalten. Guckt euch das mal an. Wichtig ist auf jeden Fall dieser Algorithmus auch, um das konkret durchführen zu können, die Minimierung, die Gedanken dahinter. Das ist sozusagen hier 4.7.5, diese Minimierung nochmal so ein bisschen effizienter durchgeführt. Hier ist dann ein ganz konkreter Algorithmus. Den kann man wirklich mal ganz vielleicht durchgehen. Und ansonsten Fragen dazu dann in der kommenden Woche in den Terminen vor Ort. Dann beenden wir mal das Video hiermit. Und ja, viel Spaß und viel Grübeln über die Übungsaufgaben. Amt. Vielen Dank.